Du hast keinen Bock mehr zu lernen? Dann gebe ich dir jetzt 5 Schritte, wie du wieder Motivation für die Schule bekommst. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und für alle, die jetzt gerade in der 10. und 11. sind, ihr wisst es, ne, ihr wisst es. Klausurenphase und irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr zu lernen, du hast einfach keinen Bock mehr, es sind noch 3 Klausuren oder so und dann denkst du dir, pfff. Aber, es gibt natürlich auch da einfach ganz effiziente Methoden, wie du da wieder Motivation bekommst und die werde ich dir heute in 5 Schritten geben. Als allererstes, nimm mal komplett Abstand. Das war ein Punkt, den ich persönlich lange gar nicht so krass am Kasten habe und oft auch gesagt habe, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit auch mit vielen 1,0 Abiturienten telefoniert und die haben auch alle mir wieder gesagt, hey, wenn du einfach mal so diese Blockade hättest, denkst du, fuck, ich will es einfach nicht mehr, ich will einfach nicht mehr. Dann nimm dir da auch wirklich die Zeit, mal raus zu gehen, mach was ganz anderes, schau dir einen Film an, mach Sport, mach was mit Freunden, geh einfach nur spazieren, meditier, whatever. Hauptsache, du kommst da raus. Weil warum hat man denn diese Motivationsblockade? Du hast diese Motivationsblockade, weil du dir denkst, fuck, ich muss aber lernen, dein Kopf im gleichen Moment aber sagt, ich will aber nicht lernen. Und dann pusht du immer nur gegeneinander, ich muss aber, ich will aber nicht, ich muss aber, ich will aber nicht. Und es ist einfach nur, es verkrampft dich immer mehr, es ist noch anstrengender, du hast noch weniger Lust drauf, es wird alles nur schlimmer. Und deswegen funktioniert das nicht. Deswegen, die Blockade entsteht nur dadurch, weil du immer mehr Druck ausübst. Und in dem Moment, wo du mal rausgehst aus dem Ganzen und sagst, nein, ich muss nicht lernen, gibt auch nichts, was dann dagegen drückt mit, ich will aber nicht lernen, weil du sagst dir selbst, ich muss jetzt mal eine Zeit lang nicht lernen. Das heißt, beide Sachen lockern sich wieder. Und das ist super entscheidend. Das bedeutet, du nimmst aus dieser ganzen Sache, wo du dich versuchst, durchzubeißen und durchzuquellen, nimmst du diese ganze, diese ganze Ernsthaftigkeit, dieses ganze Verbissene raus, lockerst mal wieder. Ich finde, man merkt auch sofort, der Kopf einfach freier, offener wird. Und dann schaffst du es überhaupt mal wieder ein bisschen auf neue Gedanken zu kommen und einfach weg von diesem Druck, den du dir selbst machst zu kommen. Wenn du das dann gemacht hast, empfehle ich dir im zweiten Schritt, dass du dir mal einfach eine Liste aufschreibst an allen Dingen, die du machen musst. Weil was passiert, wenn du beispielsweise so eine To-Do-Liste oder wie auch immer man es nennen möchte, die aufschreibst an all den Dingen, die du zu tun hast? Dann gibt es zwei Dinge. Erstens Klarheit und zweitens Kontrolle. Das bedeutet, du bekommst einfach mal eine Übersicht von dem, was du eigentlich alles zu tun hast. Und es ist nicht mehr dieser Gedanke von, oh, ich muss ab so viel zu tun. Kennt ihr Leute, die immer sagen, oh, ich habe so viel zu tun. Und wenn du fragst, was musst du denn machen? Oh ja, keine Ahnung, so viel. Das heißt, ich kann nicht mal eine konkrete Sache sagen oder nicht mal die Hälfte aufzählen. Oh, so viel, so viel. Und wenn du diesen Gedanken hast, oh, ich habe so viel zu tun, dann hast du auch gar keinen Punkt, an dem du beginnen kannst. Das ist auch wieder, was einer dieser Abiturienten gesagt hat. Du brauchst einen Punkt, wo du anfangen kannst. Deswegen schreib dir die Dinge auf, damit du mal merkst, hey, vielleicht ist es gar nicht so viel. Oder auch wenn es viel ist, okay, das sind zumindest die Punkte. Wenn ich die habe, bin ich durch. Deswegen schreib dir das mal alles auf eine To-Do-Liste. Weil dann hast du natürlich auch im dritten Schritt eben, wie gesagt, eine Sache, mit der du anfangen kannst. Und bei der Sache, mit der du anfängst, bitte, 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 fang mit der Sache an, auf die ihr am meisten Lust habt. Weil bei allen Dingen, wo es darum geht, was zu machen, vor allem beim Lernen, ist der erste Schritt immer der Schwierigste. Ihr kennt das bestimmt, sich mal vom Sofa, vom Bett, vom Sitz, keine Ahnung, aufzuraffen und hinsetzen und zu lernen. Das ist der allerschwierigste Schritt. Deswegen macht euch den so leicht wie möglich. Macht die Sache, auf die ihr am meisten Bock habt. Eine Sache, die vielleicht schnell rum ist und so weiter. Weil was dann passiert ist, in dem Moment, wo du dich dann hinsetzt und die Sache machst, bist du einfach schon drin. Du bist schon drin. Und wenn du die dann abgehakt hast, bekommst du dadurch wieder einen Dopamin-Kick. Das bedeutet, du kommst in so eine Art Flow. Du bekommst in so eine Art Flow, weil du einfach die erste Sache gemacht hast. Es fällt dir vielleicht wesentlich einfacher, weil es die Sache ist, auf die du am meisten Lust hast. Kannst du nach dem ersten Punkt von deinem To-Do-State wegstreichen. Hast danach einfach wieder Lust. Yeah, hey, ich bin ja vorwärts gekommen. Dann mache ich gleich noch die zweite Sache. Das heißt, versuch dann da wirklich auch in diesem Flow zu bleiben und dann nicht sofort sagen, okay, ich habe keine Sache geschafft, jetzt mache ich jetzt mal Pause. Nee, mach weiter, bleib in diesem Flow. Und dann in diesem Flow-Zustand hast du gemerkt, hey, okay, es geht ja eigentlich. Bleib da drin. Das ist ganz, ganz entscheidend. Weil was das größte Hindernis ist beim ganzen Land, ist eben immer dieses Anfangen. Und je weniger Pausen du machst, desto weniger oft musst du auch wieder dich zum Anfang aufraffen. Deswegen versuch so lange wie möglich dann auch drin zu bleiben und einfach die Dinge nacheinander zu machen und auch Lust empfinden, eine Sache nach der anderen abzuhaken. Wenn du aber dann irgendwann merkst, okay, der Flow hört irgendwie auf, ist es jetzt wirklich so, boah, ich will nicht mehr. Also Flow bedeutet nicht, dass du nur noch, uh, das macht alles so Spaß. Und wenn du einfach nur, wenn du gut drin bist und es nicht für dich so ist, fuck man, ich will aber nicht mehr. Solange es das nicht ist, würde ich es noch als vergleichsweise Flow bezeichnen, weil es läuft einfach. Aber wenn du irgendwann merkst, okay, es ist jetzt wirklich nur noch Willenskraft und ich habe keinen Bock mehr. Und du machst wieder so einen Druck und so weiter, dann mach wieder vollzeitig eine Pause. Das heißt, das Ziel ist es immer, nie in diesen Druck gegeneinander zu kommen. Also von ich muss aber lernen, ich will aber nicht, muss aber ich will aber nicht, weil dann wird es anstrengend. Und dann kommst du Willenskraft, hast du keinen Bock, dann verbindest du das ganze Lernen nur noch mit Stress und Anstrengung. Dann hast du keinen Bock mehr und es wird einfach, es ist ein Teufelskreis. Und den wollen wir niemals entstehen lassen. Deswegen, wenn du dann merkst, okay, es ist jetzt wieder, ja, mach wieder die Pause, mach wieder die Pause. Dann aber auch im fünften, letzten Schritt, wenn du dann die Pause machst und dann wieder merkst, okay, es ist jetzt wieder freier, mein Kopf fühlt sich wieder entspannter an, dann setzt dich auch wieder sofort hin zum Lernen. Du kannst ja auch grundsätzlich deine Freizeit haben, aber wenn du beispielsweise merkst, okay, ich muss jetzt eigentlich echt viel lernen und du dann diese kleine Pause machst, wenn du merkst, okay, es ist wieder freier, dann setzt dich sofort wieder hin. Also nur weil wir jetzt sagen, wir wollen nicht in diesen Druck rein, wo alles nur so verbissen ist, bedeutet das nicht, dass man so total, wie soll ich sagen, nachlässig wird und so komfortabel. Oh ja, Leo hat gesagt, wenn es ein bisschen anstrengend wird, soll ich eine Pause machen. Nein, darum geht es nicht. Solange du beim Lernen bist, es läuft ganz gut oder zumindest so, dass du dich nicht so richtig reinbeißen musst, mach weiter, ganz, ganz wichtig. Und deswegen auch, wenn du dann bei der Pause merkst, okay, es geht wieder, setz dich sofort wieder ran. Und wenn du dann wieder merkst, ah, es wird jetzt so, dann bitte eine kurze Pause machen. Diesen Wechsel im Prinzip, da auch immer mehr auf dein Körpergefühl achten. Also ich halte auch nicht so viel von so, was gibt es, die Pomodoro-Technik wird ja oft empfohlen und auch verschiedene andere Dinge. Aber wir Menschen sind halt, was ich auch für mich selbst immer öfter merke, wir sind keine Maschinen. Wir sind keine Maschinen. So ein Zeitplan kann auch mal Sinn machen, weil dein Körper sich langfristig auch dran gewohnt. Aber das Wichtigste ist, dass du dich selbst kennenlernst und spürst, okay, bin ich jetzt in der Lage auch effizient zu lernen? Was bringt es dir was, wenn du da jetzt mega viel lernst, aber eigentlich vom Kopf so wenig Bock hast, dass du es noch nicht mal aufnimmst. Deswegen lernt euch selbst erkennen, aber auch nicht so eben, dass ihr dann sagt, oh ja, alles easy, chill mal. Deswegen bleibt wirklich dran, aber so funktioniert es dann bestimmt richtig gut. Haut mir unbedingt, unbedingt eure Erfahrungen auch dazu rein, was macht ihr beispielsweise. Haut mal bitte für jeden, der auch die Kommentare liest, ein Tipp raus von dir selbst, den du einfach gelernt hast, was du machst, wenn du gerade keine Motivation zum Lernen hast. Das bringt dich vielleicht wieder auch nochmal auf einen neuen Tipp, den du verwenden kannst, der vielleicht auch für dich sehr gut funktioniert und alle anderen können davon auch profitieren. Deswegen haut es in den Kommentaren. Ansonsten glaube ich, will man euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Ah, fuck, ich muss noch einen Outtake machen. Das ist das Outtake. Das ist gut.